Nummer 5. Seine quadratische Form von 8 Zoll und seine silberne Farbe verleihen ihm einen modernen und originellen Look, der perfekt zu ihrem Stil passt. Darüber hinaus verfügt dieses Material über einen Durchflussbegrenzer, um durch Ausnutzung des hohen Drucks Wasser zu sparen. Er ist auch mit einer Antikalk-Technologie zur Wasserreinigung ausgestattet. Er ist einfach zu installieren, zu verwenden und zu putzen. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 4. Dieses Kit ist mit einem sehr langen Schlauch ausgestattet, der einen guten Schutz bietet und gegen hohe Temperaturen beständig ist. Er ist auch mit einer abnehmbaren Handbrause ausgestattet. Das Gerät unterstützt dank eines grauen Schiebeverschlusses fünf austauschbare Einstellmodi. Er ermöglicht es Ihnen, im Regen- oder im Zweistrahl- oder Pulsbetrieb zu duschen. Den Amazon-Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 3. Dieses Modell ist aus Edelstahl 304 mit Spiegeleffekt gefertigt. Er ist mit Gummidüsen ausgestattet, um den im Wasser enthaltenen Kalk, der die Haut austrocknet und Spuren in der Badewanne hinterlässt, schnell zu entfernen. Er ist mit dem universellen Wandinstallationssystem einfach zu installieren. Dank der Luftinjektionstechnik können Sie weniger Wasser verbrauchen und trotzdem eine Hochdruckdusche genießen, als ob Sie im Regen stünden. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Zur Pflege Ihrer Haut können Sie sich auf dieses feuchtigkeitsspendende und reinigende Produkt verlassen. Es verwendet den Kohlefaser-Hartwasserfilter, um Chlor, Schwermetalle, Bakterien, schlechte Gerüche im Wasser schnell zu entfernen und die Bildung von Algen und Schimmel zu hemmen. Das Wasser, das aus den Löchern fließt, ist ziemlich fein, aber sehr stark. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Er verfügt über eine dreifarbige LED-Leuchte, D, H, Grün, Blau und Rot, die sich je nach Wassertemperatur automatisch ändert. Es sind keine Batterien oder Kabel erforderlich. Er verfügt über drei Ausgabemodi. Normal-Sprühauslass mit Zerstäubung und Ausgabe in der Mitte der Säule. In der Beschreibung finden Sie den Amazon-Link für dieses Produkt.